So, weiter geht's mit der fröhlichen Raterei hier bei Link's Awakening. Wie komm ich da hin? Das Einzige, was mich hier gerade stutzig macht, ist, dass die Wand da anders aussieht als hier, versteht ihr? Bringt mir das was? Ich kann die Kugel hier, aber... Oh, doch kann ich. Oh, wartet mal, wartet mal, wartet mal, wartet mal. Vielleicht... ...habe ich hier bis... Really, Link? Really? Vielleicht habe ich hier bisher einfach nur was übersehen. Gut. Das bringen mir aber auch nur geringfügig was, weil die Kugel wieder weg ist. Was definitiv scheiße ist. Ich muss den ganzen Scheiß nämlich nochmal machen, aber okay. Auf das, dass es jetzt mal hier funktioniert und wir auch vor allem mal weiterkommen. ist das dein Ernst? Meine Fresse, ehrlich. So, komm. Geht doch. Geh mir aus dem Weg. Ne, ich muss da schon lang. So, schmeißen, springen, schmeißen. Dann... Dann... ...da wieder hin. Jetzt muss ich nochmal runter. An Kirby vorbei. Oder auch einfach drauf springen. Kirby ist kein Goomba, Junge. Dann hier wieder rauf. Und ich glaube... ...dass mir jetzt hier gerade... ...was klar geworden ist. Das ist nur auf. Kommen wir zwei nebeneinander? So, komm, komm. Ja, 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 ja. Okay. Weil jetzt kommt hier nämlich wieder die Truhe. Und jetzt... ...wenn ich kein Scheiß baue... ...müsste ich doch eigentlich... ...nachdem ich die Scheiße hier abermals überstanden habe... ...was echt lästig ist, dass sie immer wieder auftauchen. Aber so geht's, Gott sei Dank. Das ist nämlich die Kugel hier. Und die kann ich doch jetzt hier mitnehmen. Hier werde ich wahrscheinlich wieder ne Bomben benutzen. Will die Kugel jetzt nicht... ...schon nicht gleich sprengen, oder? Ja. Shit, das bringt mir nur leider gar nicht. Es sei... Nee, das bringt mir leider überhaupt gar nichts. Es sei denn... Scheiße, ich dachte, ich hätte es. Ich dachte echt, ich hätte es. Das Einzige, was mir jetzt noch... ...in den Kopf kommt, wäre... ...die Kugel... ...da runter schmeißen. Das ist halt ein Mega-Aufwand, gell? Aber so dürfte ich ans Ziel kommen. Oh, ne Kacke. Da wieder runter... Ja, doch, 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 doch. Ich glaube, das funktioniert. Ein bisschen schneller, bitte. Jetzt müsste die Kugel doch eigentlich... ...nä, nicht hier, sondern da unten sein. Oder? Oh, ne Kacke, Scheiße. Hallo, nicht verricken jetzt. Nein, habe ich mich da... Oh, ne. Oh, ne. Habe ich mich da jetzt auch getäuscht, oder wie? Fuck! Fuck, wenn es nicht da war? War das dann da? Ja, natürlich, ah, natürlich, hier war es. Nein, was? Ach, ich brauche aber jetzt doch die Kugel. Aber die war doch auch dann da drüben, oder nicht? Ja, natürlich. Ach Gott, ich bin total verwirrt. Das verrecke ich bestimmt gleich. Kurz bevor ich es schaffe, verrecke ich. Das wäre absolut typisch. Wartet mal. Sollte ich nicht normalerweise, wenn ich die Dinger kille? Jo. Das rettet mir den Arsch. Tatsache, dass ich das kaputt machen kann. So, und jetzt? Oh, ich glaube, jetzt habe ich es endlich. Oh, es ist schon hart. Nein. 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 Ich habe Stockwerk gewechselt, deswegen zählt es ja nicht mehr. Oh, nein. Fuck. Verdammte Scheiße. Ehrlich. Da kriegst du doch echt zu viel. So. Solange ich das Stockwerk nicht wechsle, ist das in Ordnung. Aber sobald man das Stockwerk wechselt, bist du am Arsch. So, genau. Komm du mal zu mir, Fee. So, und jetzt müsste ich nämlich eigentlich mit Hilfe der Truhe... Ja, jetzt hat er... Ja, 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 ja. Endlich darüber kommen. Krieg Bomben. Du besitzt nun eine Bombe. Eine Bombe, ist das dein Ernst? Geil. Aber jetzt müsste ich eigentlich das Ding zum Einsturz bringen können. Finally, leckt mich doch am Arsch. Boah, das ist hart. Das ist echt hart. So, jetzt sind nämlich die anderen Stockwerke... ...runter. Und ich habe jetzt die Chance... ...zwar keine Ahnung, wo ich hin muss, aber... ...erst mal einfach runterfallen lassen. So, und die Frage ist... ...ich glaube, aber ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube es aber nur. Deswegen ist das jetzt... ...nuch nicht so viel wert. Ihr leckt mich einfach am Arsch. Ich glaube, ich musste nämlich hier hoch. Aber da war das Ding verdr... Achso, Moment, das kann ich einfach... ...das geht ja einfach. Das ist ja nicht das Problem. Aber hier war ich nämlich noch nicht. Ach, das ist das Einzige, was es nicht zerstören kann, oder wie? Ah, hier sehe ich schon, was ich machen muss. Hier hoch. Darunter. Ja, ach, da ist der Boss. Das bringt uns nun leider nicht viel, weil wir noch nicht den Boss Schlüssel haben. Das ist dann gar nicht mal so viel wert. Ach, die Dinger lassen sich auch nicht hin. Ach, du Scheiße. Äh. Ich habe hier auch noch einen kleinen Schlüssel nicht. Ach, du Scheiße, wo kriege ich denn jetzt einen kleinen Schlüssel her? Warum schließt sich hier die Tür gleich? Oh, ne, was? Stimmt, ist... Dazwischen Boss, den hat mir auch noch nicht... Hey, Typ, willst du zu mir? Okay, Jungs, kümmert euch um ihn. Was für Jungs. Sind das deine Jungs? Oha. Wow, 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 wow. Ha, ist das alles? Mache dich jetzt auf etwas gefasst. Ähm. Bringt das was? Ah, jetzt kommen sie immer wieder, aber es... Hör, muss ich die alle auf einmal killen? Soll ich es vielleicht doch mit dem Schwert versuchen? Ja, 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 ja. Nice. Du Miststück, du hast eben meine Brüder besiegt. Dafür wirst du bezahlen, das schwöre ich dir. Okay, ich habe immerhin schon mal die Hälfte. Das ist doch schon mal was wert. Das heißt zwar noch lange nicht, dass ich jetzt hier weiterkomme, aber... Scheiß drauf. Soll ich erstmal die Typen hier killen? Bin ich froh, dass ich mittlerweile weiß, dass man die killen kann hier. Sonu? Hö? Hö? Irgendwas würde man doch hier machen müssen. Nein. Okay. Hä? Okay, war es nur für ein Mittelteil und damit, dass ich das Ding umgedreht habe, kann ich jetzt... Aber das ist ja der Anfang, das will ich ja gar nicht. Dann kann ich da aber trotzdem... Hö! Kann ich jetzt hier hin, aber was genau soll mir das bringen? Ähm. Nichts? Wäre es mit rein gar nichts? Toll muss man... Äh. Aber doch, warte mal. Das lässt sich nur leider nicht verschieben. Dann hätte ich damit was anfangen können. Hä? Was ist denn jetzt schon der für ein Scheiß? Muss ich das wieder umdrehen? Habe ich das Gefühl, dass man hier mit den Dingern hier noch irgendwas machen muss, aber... Fragt mich Sachen. Habe ich denn da drüben irgendwas übersehen? Oder was war hier nochmal? Hier war doch rein gar nichts, oder? Doch. Ne, ich habe aber auch keinen kleinen Schlüssel bekommen. Wo kriege ich denn jetzt noch einen kleinen Schlüssel her? Wo kriege ich denn jetzt noch einen kleinen Schlüssel her? Irgendwo muss ich noch einen kleinen Schlüssel herkriegen und ich habe leider keine Ahnung wo. Ich befürchte fast, dass ich das in dem Raum da oben tue. Ne. Ne. Eine Sache gibt es hier noch. Eine Sache gibt es hier noch. Das Einzige, was mir hier noch... Eine Truhe gibt es hier noch. Das ist das Einzige, was hier möglich ist. Eine Truhe gibt es hier noch. Und ich glaube... Genau, das ist die da oben. Und ich weiß auch, glaube ich, schon, wie wir da hinkommen. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt Track 17. Ha! Ha! Ich bin ja richtig gut, Leute. Yes! Da ist der kleine Schlüssel drin. Wusste ich es doch. So, einfach runterfallen. Und dann kann ich nämlich auch ganz bequem... Das habe ich jetzt richtig gut gelöst. Jetzt kann ich das kleine Ding da aufmachen. Und ich hoffe, dass mir das dann auch weiterhilft, dementsprechend. Erstmal draufhüpfen. Na ja, muss ich erst mal wieder das Ding da umdrehen, weil ich das jetzt... ...dem anderen logischerweise wieder aktiviert habe. So, aktiviert. Jetzt bin ich saugespannt. Richtig, richtig gespannt. Jetzt müsste ich nämlich das hier aufkriegen. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Nämlich an sich... ...gar nichts? Hä? Gar nichts? Hä? Wieso bringt uns denn das gar nichts? Jetzt haben wir jedes Schloss aufgemacht. Ich kann da noch irgendwie rüber, aber ich weiß gerade nicht wie. Da oben sieht man ja auch ganz offensichtlich, dass es da weitergeht. Aber was mache ich denn dann? Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwas muss noch mal möglich sein. Ich habe allerdings keine Ahnung was. Scheiße. Ja. Ähm. Und so? Man kann sich natürlich auch... ...anstellen. Warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? Da ist der große Schlüssel. Gott, wir lassen uns jetzt einfach nur zum Endboss gehen. Und... ...leck die Oma. Hab ich keinen Bock mehr auf diesen Tempel. Obwohl da ja auch noch so viel Käse ist. Aber das ist mir jetzt alles egal. Das war ein mal geile Kombo, oder? Draufgejumpt und gekillt. Und den anderen noch mit einem Bumerang. Sehr geil. So, was ist jetzt hier noch irgendwie los? Da kann ich nochmal irgendwo runterfallen. Oh, oh. Muss ich wahrscheinlich auch, oder? Der Boss ist doch gar nicht... Doch, der ist in dem Stockwerk. Oh! Was ist denn hier noch los? Oh Gott. Oh Gott. Ja, nee. Ist klar. Rastet der aus, ey. Okay. Was ist hier? Ich habe hier so eine Sackgasse. Das gefällt mir überhaupt nicht. Schlüssel kann ich ja keinen mehr kriegen. Okay. Es gibt aber trotzdem nochmal eine Truhe. Ah! In Galen des Elixier. Okay. Das ist vielleicht nicht uncool. Das weiß ich aber trotzdem noch lange nicht, wo ich lang muss. Der einzige Ort, der mir jetzt noch... ...sinnvoll erscheinen würde... Nee, warte mal. Warte mal. Wenn ich den jetzt umlege, dann kann ich nämlich... ...äh, das bringt aber rein gar nichts. Selbst wenn ich da lang komme, dann... ...muss ich da runterfallen? Ich habe die dumme Befürchtung, ich muss das. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Kann es sein, dass ich das doch nicht musste? Oh ne. Oh ne. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich bin schon wieder völlig verwirrt. Okay. Das ist voll echt scheiße jetzt. Okay. Ja, dann weiß ich schon mal, was ich machen muss. Nö, weiß ich nicht. Stark. Ah doch. Oder? Nein. Nein. Ist das nervig. Ja, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, Leute. Weil es gerade einfach nur noch mega anstrengend ist. Ich fahre eigentlich gerade nichts weiter als wieder zum Anfang zurück. Das kann ich Gott sei Dank hier tun. Na ja, aber wie geht es denn dann da weiter? Was wollen die dann da von mir? Jetzt habe ich das da umgedreht. Jetzt müsste ich doch rein theoretisch da hin können. Ja, aber das bringt mir rein gar nichts. Was soll das bringen? Und wie komme ich darauf, wo diese andere Gruppe noch ist? Ich bin einfach nur noch verwirrt. Und ich bin müde. Ich glaube, ich mache mal einen kleinen Schnitt. So. Ja, es ist offiziell. Da war ich einfach zu müde. Denn. Hier sehe ich es doch schon. Hier sehe ich es doch schon. Hallo. Einfach mal darüber. Was ist das Problem? Eben. Gibt gar keins. Und dann die Stufen nach oben. Und wo sind wir? Ganz oben. Und jetzt kann ich mich auch zumindest teilweise noch daran erinnern. Da wartet dieser komische Penner. Hier kommt ein Verstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Bahahahaha. Der Königsadler oder keine Ahnung wie er heißt. Ich habe absolut gar keine Ahnung wie der geht. Absolut keine Ahnung. Einfach draufhauen? Okay. Was macht er jetzt? Da springe ich doch einfach und hau ihn kaputt. Das ist ja lächerlich. Okay. Bist du ja keine Gefahr? Das ist ja Quatsch. So ein harter Tempel und dann... Oh oh. Hoffentlich wird der jetzt nicht... Resettet. Na wahrscheinlich aber. Das erwarte ich irgendwie, dass der jetzt resettet wird. Ja. Mist, da komme ich nicht ran. Doch komme ich. Naja. Muss nur richtig drücken. Achso, wenn er tief fliegt, dann muss ich da runterklettern. Ja, ja. Richtig. Da war was. Fuck, aber nicht immer schaffe ich's. So, dreimal. Ach, schaffen wir schon. Oh nein. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Wenn er das... Jetzt wird er halt wieder resettet, ne? Wenn er das immer nach dreimalen macht, dann weiß ich Bescheid. Dann muss ich nämlich immer runterklettern. Scheiße, jetzt muss ich langsam aufpassen. Oh. Na gut, dass ich das Elixier hatte, weil jetzt ist er so tief geflogen, dass ich hätte gar nicht ausweichen können. So, jetzt muss ich aber hier runter, ne? Genau was. Ne, was? Oh, ne. Muss ich da dann dagegen... Oh, shit. Okay, I see. Das kann natürlich auch sein, dass ich dann da dagegen rennen muss. So, das heißt, ich wechsle jetzt zu den Schuhen und wenn er kommt, renne ich da dagegen. Nein! Ach, zu spät gedrückt. Ach Gott, okay. Das ist halt echt ätzend, wenn er immer wieder resettet wird. Jetzt muss ich rein theoretisch aber wieder die Feder nehmen. Boah, ist das ätzend. So, jetzt nochmal. Stiefel. Und dann. Hä? Habe ich die Chance, ihn einfach zu treffen währenddessen, wenn er da schon runterkommt? Einfach... Warte mal, kann ich das kombinieren? Nur mal so aus Interesse. Ich probiere es jetzt mal mit dem Boomerang. Den kann ich nämlich auch hochwerfen. Shit. Ich glaube, den interessiert der Boomerang leider überhaupt nicht. Was tendenziell jetzt wieder schlecht ist. Das heißt, wenn der jetzt runterkommt, muss ich sofort jumpen und ihn killen. Nein, 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 nein! Ah! Dieser behinderte Spast, ey, ehrlich. Ich krieg zu viel.